In LibreOffice 5.2 hat Calc viele neue Funktionen, mit denen die Tabellenkalkulationen effektiver genutzt werden können. Viele neue Funktionen sowie ausführliche Direkthilfen, die eine Funktion während des Tippes beschreiben, wurden eingefügt. Jetzt ist es möglich, die ersten Zeilen oder Spalten einer Tabelle per Symbolleiste schnell zu fixieren. In der Statusleiste können mehrere Funktionen gleichzeitig aktiv sein, um einen besseren Überblick über ihre Daten zu behalten. Das Symbol Währung in der Symbolleiste Standard hat jetzt ein Menü, um die gewünschte Währung schneller auszuwählen. Zudem gibt es eine Einstellung Einfachem Modus für die Symbolleiste Standard mit den beliebtesten Funktionen, um Bildschirmplatz zu sparen. Und schließlich können Sie auch, wenn Sie die Umwandlung von Zellen entfernen, die Umwandlung bei benachbarten Zellen gleichzeitig entfernen. Die Umwandlung von Zellen Die Umwandlung von Zellen